Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Mittlerweile haben wir nämlich jetzt schon 13.15 Uhr. Eigentlich wollte ich es in der Früh abdrehen, aber irgendwie war ich da jetzt ganz auf morgen und dann dachte ich vorhin, blöd eigentlich. Na, ist egal. Einen schönen Mittag wünsche ich euch. Was ihr hier jetzt seht, sind alles Produkte von Juliana Nails aus Österreich. Manche von euch haben bestimmt schon mein letztes Video, mein damals erstes Video von dieser Firma gesehen, wo ich drei Gelacke und das Tixotrope Gel vorstellen durfte. Wenn nicht, hier oben verlinke ich euch das jetzt. Die Gelacke sind sehr gut, die gefallen mir gut, die Farben sind farbecht. Die haben ja oben drauf den Farbtupfen, damit man sofort erkennen kann, welcher Farbton befindet sich in der Flasche. Und was mir persönlich super, super dran gefallen hat, war wirklich die 7 Milliliter Flaschen. Weil, wenn man jetzt von so einer normalen Flasche, wie jetzt hier bei dem Nagellack ausgeht, ist 15 Milliliter drin. Ihr wisst ja genau, wie schwer es ist, ein Farbgel-Tiegel leer zu kriegen und noch schwerer ein Gellackfläschchen. Deswegen finde ich das eine geile Alternative, dass man sich entscheiden kann, nehme ich nur 7 Milliliter oder nehme ich die 15 Milliliter. Das Tixotrope Gel ist nicht meins. Für mich ist es äußerst schwer umzudenken, dass, wenn ich mit dem Pinsel drin bin, es sich schwebend auftragen lässt. Sobald ich weggehe, dass es sich nicht mehr bewegt. Es macht mich irre. Ich finde es an sich eine tolle Sache, aber es ist nicht mein Liebling. Und deswegen braucht ihr euch nicht wundern. Von dem werdet ihr nichts mehr bei mir sehen. Weil, wenn ich nicht damit zurechtkomme, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich euch das, ja, laienhaft vorführe. Deswegen hat sie jetzt eine liebe Kollegin von mir abbekommen, die damit auch jetzt arbeitet. Dann habe ich zu Juliana Nils gesagt, Leute, darf ich mir was raussuchen, was ich auch wirklich verwende? Weil ich bin nun mal ein Acrylmädchen. Ja, haben sie gesagt, ich soll mir was raussuchen. Diese Schätze liegen jetzt hier. Also das kam auch wirklich mit der Post. Und das ist überhaupt kein Thema. Man bekommt die Sachen sehr schnell. Ja, zu Beginn, ich habe mir was Witziges bestellt. Das hatte ich früher schon mal. Wer kennt das von euch? Klar, man könnte das jetzt wie ein Ring tragen. Das finde ich jetzt ein bisschen kompliziert. Auch so rum finde ich es kompliziert. Denn mit dieser Hand halte ich ja den Finger der Kundin. Also nehme ich doch einfach den Daumen als, ja, Halterung. Zum Beispiel auch für diesen Nagellack, den ich mir auch bei Juliana Nils gekauft habe, weil ich die Farbe ausprobieren will. Und die sehr schön in den Herbst reinpasst. Und dann steckt ihr den nämlich einfach da rein. Hier habe ich, wie gesagt, den Finger der Kundin. Und dann kann ich auch die Nagellackflasche vor mir halten, falls, ihr kennt das Problem bestimmt, wenn die Nagellacke leer werden, kommt man einfach so schlecht an den unteren Teil hin. Und dann braucht man einfach was, was man so halten kann, was sich selber hält. Und dann kommt ihr locker hier hin und könnt gleich weiter lackieren. Das möchte ich ausprobieren, ob das geschickt ist oder ob mir das zu globig ist. Das werden wir sehen. Also das musst du unbedingt mal mit. Dann haben wir hier, falls ihr noch wissen wollt, wie das Teil heißt. Ich glaube, das steht auf der Karte. Ganz einfach. Nagellackhalter schwarz. Könnt ihr euch ein Foto machen. Hier ist die Nummer. So. Einfach, aber kompliziert, ne? Dann habe ich ja, wie gesagt, diesen Nagellack hier mitgenommen. Hat der irgendwo eine Nummer? Oder, Moment, ich gucke mal, NP524 steht hier dran. Oder? Genau, Red Velvet heißt auch noch die Bezeichnung. Und der sieht ja so ähnlich aus wie die Farbe, die ich hier noch drauf habe, nur eben ganz ohne Schimmer und ohne Glitzer. Das brauche ich heute Abend für eine Kundin, die keinen Glimmer akzeptiert. Sämig, nicht so flüssig. Das ist auch wichtig. Pinsel erscheint mir auch sehr gut. Das wird also gleich heute Abend ausprobiert. Und dann werde ich das mal mit dem hier testen, ob das angenehm ist. Dann habe ich mir einen zweiten Gag rausgesucht. Und zwar kommen ja immer mal wieder Kinder zu mir oder auch Herren, die kurzzeitig das Gefühl haben möchten, wie fühlt sich denn ein richtig fest modellierter, geklebter oder auch Schablone modellierter Nagel an. Möchten das allerdings nur ein, zwei Tage drauf haben. Vielleicht auch auf den Zehennägeln. Und dafür gibt es diese Gel-Lack Peel-Off-Base-Stickers. Die sehen so aus. Könnt ihr das erkennen? Ja. Und zwar verschiedene Größen. Von ganz klein bis hier oben. Sehr groß. Für kleine Kinder kann man aber auch stückchenweise rausschneiden. Das ist also kein Problem. Eine Anleitung. In Bildform und in Textform. Und zwar, wenn also jetzt jemand kommt, der möchte Kurzzeit-Nägel haben, aber trotzdem die Stabilität und die Stärke der modellierten Nägel. Also nicht einfach bloß so Auf-Böpf-Fingernägel aus der Drogerie. Ja, dann bereitet ihr den Naturnagel wie gewohnt vor. Wenn es fertig ist, legt ihr euch die richtige Größe von der Breite her auf den Nagel auf. Drückt die gut fest. Das, was zu viel absteht, schneidet ihr ab. Wichtig ist, dass ihr vielleicht so zwei Milliliter, Milliliter, mm, Millimeter, wie ich jetzt hier unten meinen Fingernagel von der Länge habe, übrig lasst. Der muss ein bisschen drüber stehen. Wenn das fest angedrückt ist, dann nehmt ihr euch einen Buffer und beschleift euch das ganz vorsichtig, weil es muss ja auch irgendwo halten. Nach dem Entstauben mit dem Staubpinsel bitte nur, nicht mit einem Bürstchen und auch nicht mit einem Cleaner, macht ihr zum Beispiel eure Schablone vorne hin oder ihr klebt den Tipp, modelliert den Nagel wie gehabt. Und wenn das alles fertig ist und die Leute sagen sich irgendwann, oh, ich möchte das jetzt nicht mehr haben, dann zieht man unten an diesem übrig stehenden Teil und dehnt sich dieses Kleberchen und kann den kompletten Nagel abnehmen. Und das fand ich echt eine coole Idee. Das habe ich schon mal bei anderen YouTubern im Ausland gesehen und fand das eine richtig tolle Idee. Die Preise von den ganzen Sachen werde ich euch gerne noch unten reinschreiben. Die habe ich jetzt natürlich dummerweise daheim, die Rechnung. Aber ich finde es echt eine gute Idee und es war nicht teuer. So, weiter geht es mit Manche Gelacklöser lassen sich nicht einfach ablösen. Manche Peel-off und auflösbaren Soak-off-Lacke haben manchmal Probleme. Ich möchte ausprobieren, ob es mit diesem Gelacklöser keine Probleme mehr gibt und zwar an fünf verschiedenen Peel-off und Soak-off-Lacken, also Gel-Lacken. Da werde ich das testen. Es hört sich gut an. Also die Inhaltsstoffe, die hier drin sind, die sind nötig, um wirklich alle zu lösen. Übrigens ist also wirklich die ganze Beschriftung bei Juliana Nails wirklich sehr gut durchdacht und sehr, sehr ordentlich drauf. Dann möchte ich die nächste Modellage bei mir extrem lang machen. Juliana Nails hat verschiedene Acryl-Systeme. Das hier ist das Atuance-System. Und es wäre jetzt unverschämt gewesen, alle Systeme mir kostenfrei zu schicken. Also das wäre ein Unding. Deswegen habe ich gedacht, wisst ihr was, ich fange jetzt einfach mal an mit Atuance und teste das wirklich auf Herz und Nieren. Da habe ich mir also, wie gesagt, 100 Milliliter Liquid bestellt. Dann natürlich ein Rosé. Und das ist die Farbe Dunkelrosa. Sieht man natürlich jetzt hier drin nicht. Das sieht man erst, wenn man es verarbeitet, inwieweit es Dunkelrosa erscheint. Und davon 30 Gramm. Und natürlich auch das Atuance Powder in Klar, auch 30 Gramm. Damit werde ich hauptsächlich arbeiten, um das wirklich zu testen, wie die Haltbarkeit ist, die Trocknungsphase, das Pfeilverhalten und, und, und. Weil ja jetzt der Herbst kommt, werde ich dann auf die neu verlängerten Nägel mit einer Herbstfarbe, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, auch ein bisschen mit 3D in Acryl arbeiten. Und habe mir dafür fünf Farben rausgesucht. Das eine nennt sich Kirsche. Das sieht man jetzt natürlich noch nicht, weil kein Acryl Liquid in Verbindung ist. Aber da bin ich echt mega gespannt drauf. Die Farben werde ich dann verwenden, definitiv. Das hier ist ein ganz schlichtes Weiß. Das muss ich nicht aufmachen. Ich halte euch das hin wegen der Nummer. Dann habe ich mir ein Grün dazu bestellt, das nicht ganz so quietschig ist, sondern eher ein Herbstgrün. Das finde ich sehr interessant. Dann noch ein Gelb. Jetzt haltet euch fest. Das ist ein schönes Kanarien-Gelb und kein, ja, so stichiges Acryl-Neon-Powder. Und dann noch ein Blau-Lila. Und da bin ich auch gespannt, wenn ich dann Bällchen mache, wie es dann rauskommt. So im Moment sieht es ja sehr flieder aus. Ja, das sind jetzt die ganzen Produkte, die ich habe bestellen dürfen und kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich danke dem Team von Juliana Nils für diese Großzügigkeit, muss man ja wirklich schon sagen. Das Paket hier jetzt zusammen hat etwa einen Wert von 80 Euro. Ich werde die Sachen für euch testen und zwar auch auf lange Zeit, nicht nur für eine Modellage und werde euch dann ganz genau Stück für Stück mitnehmen in den nächsten Videos. Und ich hoffe, euch hat das kleine Vorstellungsvideo gefallen und ihr lasst mir wieder einen Daumen hoch da, teilt mein Video, wenn es euch gefallen hat und bitte, bitte, seid so lieb und schreibt mir doch einen netten Kommentar hin. Ich freue mich immer. Dankeschön.